Schön war die Zeit Schön war die Zeit Schön war die Zeit Es war keine so wunderbar wie du Ich ging in Jahra an dem Strand passieren Wir ringten raune Menschen zu Doch ich muss sagen, es war frei 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 Wir Deutschen reisten schon damals gern Nicht nach nah, sondern nach fern So fuhren wir mit Sack und Pack Gleich hinterm Brenner mal rechts ab Wo stets die Sonne scheint Wo man Käse über Nudeln reibt Wo es immer Pizza gibt Und wo man den Chianti liebt Und wo stets die Sonne scheint Wo man Käse über Nudeln reibt Und wo man bei Rob to Sack und Theater Und wo man mit den Chianti liebt Und wie in der K Ba 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 ba! Survenirs, reci�audAH! Kaften wir gern ein Wir kauften bunte Gläser Die sollten aus Porano sein Zu Hause angekommen, kamen sie in einen Schrank, dann sah man sie nie wieder. Ich sage Gott sei Dank, Souvenirs, Souvenirs, der Nachkriegszeit, sind heute unsere Lieder. Auf die Zucht und Orten von Arnold Unnemals, kann ja sein. Die Frau-Leute heutzutage, überall wollen sie mitreden. Ist ja ihr gutes Recht, ne? Wäre es doch hier wie in der Schweiz, da haben die Frauen nicht mal Wahlrecht. Ja, wie unmodern, wir leben schließlich in den 50ern. Dabei steht im aktuellen Handbuch für die gute Ehefrau, in einer Familie zählen nur die Bedürfnisse von einem einzigen. Und das ist der Ehemann. Oh, Herr Peter. Wie Sie hören, gibt es da auch andere Meinungen. Ich denke, da gibt es auch einige Männer, die das anders sehen. Zum Beispiel Peter Löring. Der singt gleich mit dem MGV, für Gabi tue ich alles. Padoffelheld. Ich saue im Stehen, ich bin nach den Mädchen. Für Gabi tue ich alles. Das wird euch neu sein, ich kann plötzlich treu sein. Für Gabi tue ich alles. Schön war das Wandel vorhanden, doch tausendmal so schön. Ist es bei Gabi, bei meiner Gabi, ihr solltet ja niemals heen. Ich bin ein paar Jahre alt. 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 ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Kahn. Ich will eine Sächte Söhne, und dann mit Finger, mit mir Kahn. Wer die Jungen, ich hab dein Kleid, ich sieh deine Schuhe. Oh, 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 oh. Du sagst so schön, sagst so, so wie Reinhardt, Schotteschein, perri, du. Auf dem Haus geht's am Lied, schießt man jeden Morgen früh, wenn du jetzt geht zur Schule gehen. Du schießt so schön, schön, nahe, du schießt so, die Kinder, 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 die Kinder. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber was ist an der Zeit, nun Abschied zu nehmen? Herr Peterfeld, wollen Sie wirklich zurück? Das war doch alles so eng und düster damals. Finden Sie, dafür war es nicht so kompliziert. Ja klar, schwarz, weiß, gut, böse, Ordnung, Chaos, alles schön geregelt, ne? Finden Sie es besser, dass Hunde ins All fliegen, Jugendliche rebellieren und Frauen überall mitreden dürfen? Nein, ich gehe lieber. Sonst muss ich noch erleben, dass eine Frau Kanzlerin wird. Im Hosenkleid mit solchen Knöpfen. Sehr verehrtes Publikum. Wir kommen leider nicht drum rum, nun wieder durch die Zeit zu reisen. Wir hoffen bei den schönen, leisen und auch lauten Tönen. Bei den Melodien, den schönen und beim schnellen Rock'n'Roll fühlen Sie sich richtig wohl. Die Zeit mit Ihnen reicht schön. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Das Wiederkommen ist ein Muss. Doch für uns ist heute Sendeschluss. Endeschluss. Applaus Applaus Danke. 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 cape Danke. Danke. Danke.